Wenn sie am Extheten ist, die Bachstelze, dann sieht man eigentlich sehr schöne Fäder. 22.05.2022. Das war jetzt die Junge, sie war vorhin noch eine gesehen. Aber ich habe es zu spät bemerkt, jetzt ist sie wieder am... Das ist sichtbar. Ich denke, das ist die Junge. Was dann die Eltern machen, ist bevor sie in den Stein gehen, sind sie hier in der Nähe. Und dann sind sie sehr laut und schauen, ob etwas kommt. Und wenn sie merken, dass nichts kommt, dann gehen sie dort hinein. Und was sie auch machen, ist, wenn sie davon fliegen, dann sind sie auch ganz laut. Jetzt muss ich da schnell nach oben geschwemmt von der Kamera. Jetzt muss ich aber hier gleich ausmachen, weil jetzt kommen die Leute. Das war's.